So, wir haben es fast geschafft. Wir haben einen langen Weg hinter uns. Sie erinnern sich, wir haben irgendwann vor vielen Videos damit angefangen, uns anzuschauen, wie Grammatiken und Automaten zusammenhängen und haben schon festgestellt gehabt, dass man Automaten ganz wunderbar in reguläre Grammatiken übersetzen kann. Das hat geklappt mit unseren einfachen deterministischen Automaten. Und ich habe damals behauptet, dass tatsächlich die regulären Grammatiken und die endlichen Automaten genau dieselben Sprachen erkennen, nämlich die regulären Sprachen. Aber die Rückrichtung, die uns führen müsste von Grammatiken zu Automaten, die hat nicht geklappt. Da sind wir hängen geblieben und als wir uns überlegt haben, woran das liegt, haben wir festgestellt, die endlichen Automaten oder die Grammatiken verlangen in gewisser Weise eine Art von Nicht-Determinismus, den uns die endlichen Automaten so noch nicht gegeben haben. Und das hat uns weit weg geführt in Richtung Nicht-Determinismus. Und das waren die letzten Videos, in denen ich über nicht-deterministische Automaten gesprochen habe. Jetzt haben wir aber festgestellt, nicht-deterministische Automaten sind letztlich in dem, was sie beschreiben, auch nicht anders als deterministische Automaten. Sie hatten dieses schöne Diagramm hier gesehen in meinem letzten Video, in dem wir die verschiedenen Darstellungsformen miteinander verglichen haben. Und was wir hier sehen, ist, dass man zwischen DFA und NFA beliebig hin- und herwechseln kann, mithilfe der Potenzmengenkonstruktion und mithilfe der Tatsache, dass DFAs einfach eine Sonderform von NFAs sind. Jetzt sage ich beliebig hin- und her, wenn sie immer hin- und hergehen, wird der Automat trotzdem jedes Mal exponentiell größer. Unnötig vielleicht, aber das ist das Wesen der Potenzmengenkonstruktion. Das heißt, das ist keine genau invertierende Abbildung hier, diese beiden Umformungen. Anders war es bei NFA und Syntaxdiagramm. Da können wir beliebig hin- und hergehen. Das wird immer den gleichen NFA geben, wenn wir den in Syntaxdiagramm umwandeln. Und worüber ich sprach, das ist diese Umwandlung hier. DFA wird zu regulärer Grammatik, indem wir die DFA-Übergangsregeln, die ich kurz so schreiben kann, wie hier. Ich mache es mal ein bisschen größer, damit Sie es richtig sehen können. Die hier oben dargestellt sind, diese Übergangsregeln von Q1 mit einem Zeichen A nach Q2. Die können wir einfach in reguläre Grammatikproduktionsregeln umwandeln, wo wir eine Variable Q1 nennen und dann ein Terminalsymbol A erzeugen und dabei eine neue Variable Q2 einführen. Das war die wesentliche Idee. Natürlich müssen wir noch Regeln haben, die dazu führen, dass irgendwann in der Produktion keine Variablen mehr vorkommen. Das hat ja mit den Endzuständen zu tun. Ist hier nicht noch extra dargestellt. Aber die Grundidee, die sehen Sie hier. Okay, das hatten wir also geschafft. Und was uns jetzt noch fehlt, um diesen Abschnitt komplett zu machen, das ist die Richtung von Grammatiken zu Automaten. Das will ich also heute zeigen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Mein Name ist Markus Krötzsch und dies ist die Videoreihe zum Thema Formale Sprachen und Automaten. Gut, was also wollen wir tun? Ja, im Prinzip dieses Diagramm zu vervollständigen, stellt sich heraus, ist nicht schwer, denn die Idee für die eine Richtung steht schon hier und die Idee, wie wir zu Automaten zurückgelangen, von den Grammatiken ist eigentlich ganz ähnlich. Auch da haben wir so eine Korrespondenz zwischen Ableitungsregeln und Grammatikregeln. Hier ist der Satz, den wir zeigen wollen. Der ist so groß, dass ich nicht daneben passe. Da muss ich mal Platz machen. Also hier, jetzt sehen Sie ihn ganz. Die Klasse der Sprachen, die durch DFAs oder NFAs erkannt werden können, ist genau die Klasse der regulären Sprachen. Das wollen wir zeigen. Alles ist gleich. Es gibt nur eine Sprachklasse und sie kann auf verschiedenste Arten beschrieben werden. Wir können das wählen, was uns gerade am besten gefällt und wir müssen nicht viele verschiedene Eigenschaften verschiedener Klassen lernen, was auch ganz praktisch ist. Okay. Wie gesagt, das meiste davon haben wir schon gezeigt. Verschiedene Übergänge gibt es schon. Was noch fehlt, ist, dass jede reguläre Grammatik G in einen Automaten umgewandelt werden kann. Und das wird ein NFA, ein nicht-deterministischer Automat sein, den ich hier M von G nenne, M-G. Und der soll natürlich dieselbe Sprache akzeptieren. Das ist das Ziel dieser Umwandlung. Wie schaffen wir das? Es ist ganz einfach, wie ich schon sagte. Wir betrachten eine Grammatik. Da müssen wir jetzt kurz ein bisschen zurückdenken. Das ist schon etwas her, dass wir zuletzt mit Grammatiken gearbeitet haben. Die besteht aus vier Bestimmungsstücken. Wir haben die Nicht-Terminalsymbole, die Variablen. Wir haben das Alphabet, wir haben Produktionsregeln und wir haben ein Startsymbol. Und daraus bilden wir jetzt diesen Automaten. Der hat eine Menge an Zuständen. Das gleiche Alphabet natürlich, wenn er die gleiche Sprache akzeptieren soll. Eine Übergangsfunktion, eine Menge an Startzuständen und eine Menge von Endzuständen, die wir jetzt alle einführen. Zunächst, was sind die Zustände? Die Zustände sind einfach die Nicht-Terminalsymbole, die Variablen. Das hat man sicherlich erwartet, wenn Sie sich die andere Umformung überlegen. Da hatten wir auch die Zustände des Automaten zu Variablen gemacht. Jetzt machen wir die Variablen zu Zuständen. Aber zusätzlich dazu brauchen wir noch einen Hilfszustand QF. Das ist ein zusätzlicher Finalzustand, den wir hier einführen. Wir werden gleich sehen, warum wir den brauchen. Der Startzustand ist in jedem Fall S. Es gibt nur ein Startsymbol und das verwenden wir. Also die Menge aller Startzustände ist die eine elementige Menge mit S darin. Die Endzustände bestehen, wie ich schon sagte, aus QF. Der ist immer Endzustand. Und zusätzlich erlauben wir noch, dass alle Variablen Endzustände sind, die man mit einer Grammatikregel einfach löschen kann, also durch Epsilon ersetzen darf. Das ist hoffentlich intuitiv, wenn Sie eine reguläre Grammatik haben. Sie erinnern sich, die Formen sind dort sehr eingeschränkt. Jede Grammatikregel ist dort so, dass man nur ein Wort produziert, in dem höchstens eine Variable vorkommt zu jedem Zeitpunkt. Ich darf eine Variable durch etwas ersetzen, aber das, was ich da einführe, wird immer nur eine weitere Variable enthalten. Und damit gibt es insgesamt in der produzierten Zeichenfolge immer höchstens eine Variable. Und wenn ich die also mit Epsilon ersetze, dann ist die Produktion fertig. Dann ist ein Wort entstanden, das nur noch Terminalsymbole enthält. Und das ist intuitiv der Grund, warum solche Variablen mit Endzuständen zu tun haben. Denn im Prinzip, wenn ich an dieser Stelle angelange, wenn ich eine solche Variable in meinem Wort als Abschluss stehen habe, dann darf ich das, was bis dahin produziert wurde, akzeptieren. Oder ausgeben im Fall der Grammatik und muss nicht unbedingt weiter umformen. Das sind die Endzustände. Und jetzt kommt noch zuletzt die Übergangsfunktion. Die besteht aus zwei Teilen. Wenn ich in einem Zustand a bin, also eine Variable a der Grammatik hier habe und ein Zeichen c als Eingabe lese, dann kann ich zu zwei verschiedenen Mengen von Zuständen gelangen. Zunächst einmal kann ich zu allen Variablen gelangen, die man von a aus unter Erzeugung von c nach b umschreiben kann in der Grammatik. Das ist genau die Umformung oder die Umkehrung der Umformung, die wir für den Übergang von Automaten zu Grammatiken auch schon gemacht haben. Also diese Regel entspricht dem Automatenübergang von a nach b mit dem Zeichen c. Zusätzlich gibt es aber noch eine andere Art Regeln, die wir auch brauchen. Und zwar sagt die, dass man von a aus mit c direkt in den Endzustand übergehen kann, wenn es eine Regel gibt in der Grammatik, die uns erlaubt, a durch c zu ersetzen, ohne dass dabei eine neue Variable eingeführt wird. Und jetzt sehen wir auch, warum wir diesen Endzustand brauchen. Es gibt eben diese Regeln, die keine weiteren Variablen einführen. Das heißt, da brauche ich ja dennoch irgendeinen Zustand, kann aber keine Variable nehmen. Und das ist eben mein Qf. Okay, das ist schon alles und das ist insgesamt nicht viel und nicht sehr kompliziert und auch hoffentlich leicht zu merken. Wir werden gleich ein Beispiel machen und da wird es, denke ich, nochmal ein bisschen eingängiger. Okay, schauen wir uns mal ein Beispiel an. Hier haben Sie eine Grammatik mit wie vielen Regeln? Genau, vier verschiedenen Regeln. Wir haben diese Kurzschreibweisen eingeführt mit den Strichen, mit den Pipes, die Regeln trennen, die das gleiche Symbol auf ihrer linken Seite haben. Das heißt, hier oben stehen zwei Regeln für S und hier stehen vier Regeln für A. Jetzt möchte ich daraus einen NFA bilden. Das heißt, zunächst muss ich mir überlegen, welche Zustände hat der. Naja, das sind die Variablen S und A und außerdem dieser Hilfszustand Qf. So also sieht das aus. Außerdem ist S dabei immer der Startzustand. Oder der einzige Startzustand, sollte ich vielleicht sagen. Da es ja ein NFA ist, könnt ihr ja im Prinzip auch mehr haben. Okay, und jetzt gehe ich durch die Regeln durch und für jede Regel bilde ich direkt den entsprechenden Übergang. An der Stelle. Wobei, bevor ich das tue, sollte ich vielleicht noch kurz über die Endzustände nachdenken. Was sind hier die Endzustände? Na, ich hatte schon gesagt, Qf ist immer ein Endzustand. A ist ja auch ein Endzustand, weil man A durch Epsilon ersetzen kann. Damit habe ich diese Regel A nach Epsilon schon abgearbeitet, wenn ich A als Endzustand markiere. S kann man nicht mit Epsilon ersetzen, also ist das kein Endzustand. Okay, das sind meine beiden Endzustände. So, jetzt habe ich noch die restlichen Regeln, die nicht nach Epsilon gehen, zu bearbeiten. Und für jede dieser Regeln wird es im Automaten einen Übergang geben. Zunächst einmal, S darf durch 1 ersetzt werden. Was bedeutet das? Das bedeutet, man kann von S aus, wenn man das Zeichen 1 liest, direkt zur Akzeptanz kommen, also in einen Endzustand Qf, ohne eine neue Variable zu haben. Nächste Regel, S kann nach 0 A gehen. Das bedeutet, ich kann von S aus mit 0 nach A gehen. Sie sehen, wie einfach das ist. A geht nach 0, das heißt, A hat einen Übergang nach 0. Und da kann ich auch gleich die 1 mit dran schreiben, denn hier gibt es auch eine Regel von A nach 1. Und schließlich gibt es noch A nach 1A. Das heißt, ich kann mit 1 von A zu sich selbst. Und das ist schon alles. Und Sie sehen, das ist wirklich ein sehr, sehr einfaches Verfahren. Und vielleicht kann man jetzt auch gut erkennen, welche Sprache das ist. Das kann man sich sowohl von der Grammatik her überlegen, als auch vom Automaten her. Vielleicht möchten Sie an der Stelle das Video mal kurz anhalten und darüber nachdenken. Oder eine Mutmaßung anstellen, wie diese Sprache aussieht. Schreiben Sie es mal auf als einen Ausdruck, der das angibt. Und wenn ich jetzt gleich weiterschalte, dann werden Sie es auch sehen. Okay, das ist das Ergebnis. Die Sprache, die hier dargestellt wird, kann man so formulieren. Es gibt auch andere Arten, das aufzuschreiben. Ich hoffe, das entspricht dem, was Sie sich auch überlegt hatten. Zum einen kann man die 1 generieren, indem man direkt diesen Weg nimmt. Und ab da wird nichts weiteres passieren. Ja, QF hat niemals irgendwelche ausgehenden Pfeile in diesem Automaten. Der QF wird immer nur verwendet, wenn wir am Ende des Wortes angekommen sind. Und gut, wenn ich das nicht mache, dann habe ich nur die Möglichkeit, eine 0 zu lesen. Das heißt, hier ist immer die 0 das erste Symbol. Und das wird gefolgt von einer beliebig langen Kette von 1, optional mit einer 0 am Ende. Und da wundern Sie sich jetzt vielleicht, warum ist hier nur eine 0 am Ende? Hier ist doch auch eine 1 als Übergang. Aber diese 1 steckt schon in dieser beliebig langen Kette von 1en. Denn ich bin nicht gezwungen, mindestens eine 1 zu generieren, weil A ja ein Endzustand ist. Kann ich auch direkt nach der 0 aufhören. Oder ich kann beliebig viele 1en generieren und dann aufhören. Das heißt, der Übergang mit 1 nach QF trägt hier gar nichts bei zu der Sprache, die akzeptiert werden kann. Wenn ich den löschen würde, wäre es immer noch die gleiche Sprache. Okay, gut. Das ist also das Beispiel. Und was bleibt uns jetzt noch zu tun, um damit weiterzukommen? Also die Konstruktion haben Sie jetzt verstanden. Was noch fehlt, ist die Korrektheit zu zeigen. Ja, das hatten wir auch schon bei den anderen Konstruktionen immer mitgemacht. Das heißt, Sie wissen, dass Sie das erwartet. Es ist aber auch in dem Fall nicht besonders schwierig und hilft vielleicht auch ein bisschen der Intuition, die man über diese verschiedenen Darstellungsformen entwickelt mit der Zeit, je mehr man damit umgeht. Okay. Was also möchte ich hier zeigen? Da bin ich schon wieder zu groß, da gehe ich lieber aus dem Bild. Ich möchte, dass dieser Satz jetzt endgültig bewiesen wird. Die Konstruktion haben Sie gesehen und was ich jetzt noch zeigen muss, ist, dass diese Konstruktion auch wirklich korrekt ist. Das heißt, dass die Sprache der Grammatik genau gleich ist der Sprache dieses Automaten, den ich hier gebaut habe. Das heißt, für jedes Wort muss gelten, das Wort ist in der Sprache der Grammatik genau dann, wenn das Wort in der Sprache des Automaten ist. Sie können sich vielleicht schon denken, wie das funktioniert. Wir hatten so einen ganz ähnlichen Beweis schon mal gemacht, als wir die andere Richtung gezeigt hatten. Da haben wir uns einfach überlegt, wie kann der Automat etwas ableiten und dann gezeigt, dass die Grammatik das auch kann. Und umgekehrt, wie könnte diese damals konstruierte Grammatik das ableiten und dann haben wir gezeigt, der Automat kann das Gleiche tun. Und so ähnlich würde es hier auch funktionieren. Aber bevor ich das mache, möchte ich einen Sonderfall aus dem Weg schaffen, und zwar den Fall des leeren Wortes Epsilon. Der ist auch besonders einfach. Gilt das für W gleich Epsilon? Naja, da muss man sich nur überlegen, in welchen Fällen ist denn Epsilon in der Grammatik? Das passiert natürlich nur dann, wenn ich eine Produktionsregel habe, die das Startsymbol S direkt mit Epsilon ersetzt. Wenn ich so eine Regel allerdings habe, nach dem Verfahren für die Konstruktion dieses Automaten, weiß ich ja auch, dass dann die Variable S ein Endzustand des Automaten ist. Und, naja, wenn dem so ist, dann akzeptiert auch der Automat das leere Wort. Fertig. Gut. Das ist also der Sonderfall Epsilon. Und jetzt möchte ich noch die anderen Möglichkeiten betrachten. Also die Fälle, in denen man über Wörter hier redet, die mehr als 0 Zeichen enthalten, also die nicht leer sind. Und das kann ich allgemein so darstellen, dass das Wort, die Form hat W gleich A1 bis AN. Wobei dieses N irgendwie größer gleich 1 ist. Und jetzt mache ich es wirklich wieder so wie beim letzten Mal. Also ich zeige diese beiden Richtungen des Genau-Dann-Wenn. Ja, genau-Dann-Wenn heißt immer, dass eine Implikation in beide Richtungen gilt. Also das heißt, wir müssen zeigen, dass falls W in der Grammatik generiert werden kann, dass es dann auch vom Automaten akzeptiert wird. Und umgekehrt, falls W vom Automaten akzeptiert wird, dass es dann auch in der Grammatik generiert werden kann. Beide Richtungen sind wichtig hier. Vielleicht sollten Sie da auch nochmal drüber nachdenken, wenn Sie das etwas verwirrt. Ja, denn dieser Beweis, wie schon gesagt, ist ja, der jetzt über mehrere Videos ging, hat ja mehrere Richtungen. Wir wandeln erst einen Automaten in eine Grammatik um und beweisen zwei Richtungen der Korrektheit dieser Umwandlung. Und jetzt wandeln wir eine Grammatik wieder in einen Automaten um und beweisen wieder zwei Richtungen der Korrektheit. Also die Richtung der Umformung und die Richtung des Beweises, das sind hier getrennte Dinge, die auch alle nötig sind. Okay, also ich möchte zuerst diese Richtung zeigen. Das heißt, ich gehe davon aus, ich habe ein Wort mit dieser Grammatik erzeugt und möchte zeigen, dass jetzt auch der Automat das kann. Und dazu muss ich mir lediglich überlegen, wie das überhaupt dazu gekommen sein könnte, dass dieses Wort von der Grammatik erzeugt wird. Denn reguläre Grammatiken sind ja sehr einfach. Die haben nur sehr wenige Formen von Regeln. Das heißt, Wörter abzuleiten ist in der Regel nur auf wenige Arten möglich. Es gibt nur ganz eingeschränkte Formen von Ableitungen in diesen Grammatiken. Und die zwei einzigen Herleitungen, die es hier geben kann, sind die, die ich hier dargestellt habe. Man fängt immer mit dem Startsymbol an und jede reguläre Regel wird immer ein Terminalsymbol am Anfang einführen und im Anschluss optional eine Variable. Und wenn wir also ein längeres Wort erzeugen wollen, dann bleibt uns nichts anderes übrig, als in jedem Schritt neue Terminalsymbole zu erzeugen. Und diese Terminalsymbole müssen diese ersten Symbole des entsprechenden Wortes hier sein. Und dabei schreibe ich immer eine neue Variable dahinter, um diese Ableitung fortzusetzen. Die verschiedenen Zeichen, die ich hier verwende, B1 bis Bn-1, müssen nicht für tatsächlich unterschiedliche Variablen stehen. Das könnte auch immer die gleiche Variable sein. Das könnte auch immer S sein zum Beispiel, was immer wieder verwendet wird. Das sind sozusagen Platzhalter. Meistens ist man da in der Mathematik ein bisschen schlampig und nicht so genau, ob man jetzt ein konkretes Symbol meint, wie hier das S, oder ob man einen Platzhalter für ein konkretes Symbol meint, wie hier das B1. Und ich glaube auch meistens ist es ganz gut verständlich, ohne dass man das ausdrücklich erwähnt und erklärt. Aber eigentlich ist das hier ein Metasymbol, nicht wahr? Okay. Gut. Und das heißt, die einzige Möglichkeit, längere Wörter zu erzeugen, ist, dass man diese Form von Ableitungen durchführt. Und der einzige Unterschied, den man jetzt am Ende der Ableitungen findet, ist der Abschluss. Es gibt zwei Arten, das abzuschließen. Die eine Möglichkeit ist, dass man das letzte Nicht-Terminalsymbol direkt durch das fehlende Terminalsymbol ersetzt. Also die Regel hier wäre, Bn-1 geht nach An. Und die zweite Möglichkeit ist, dass man alle diese Nicht-Terminalsymbole mit der ersten Form von Regeln einführt, sodass am Ende immer noch eine Variable nach dem Wort steht, aber dann eine Regel anwendet, die Bn, diese letzte Variable, durch das leere Wort ersetzt, sodass es gelöscht wird und dann ist auch die Ableitung beendet. Diese beiden Möglichkeiten gibt es nur. Und jetzt überlegt man sich einfach, was genau in diesen beiden Fällen passiert. Ich habe es ja schon erklärt, hier steht es nochmal genau aufgeschrieben für Fall 1. Also wir haben hier solche Regeln verwendet. Es geht nach A1, B1, B1 geht nach A2, B2 und so weiter bis zu diesem Abschluss. Das ist das, was wir gemacht haben. Und jetzt haben wir unsere einfache Automatenkonstruktion, in der jede Regel der Grammatik zu einem Übergang des Automaten wird. Und die Endzustände natürlich auch darüber definiert werden zum Teil, aber in dem Fall sind die Übergänge hier das Interessante. Und wir sehen, das gibt hier eine genaue Entsprechung der Übergänge im Automaten zu diesen Grammatikregeln. Also ich habe hier einen Übergang mit A1 nach B1, einen Übergang mit A2 nach B2 und so weiter. Bis am Ende diese Regel zu einem Übergang nach QF wird. Okay, und mit diesen Übergängen sehen Sie sofort, dass man das Wort akzeptieren kann, denn wenn ich die hintereinander ausführe, dann habe ich einen akzeptierenden Lauf für diese Eingabe und damit ist das Wort offensichtlich in der Sprache. Okay, das ist also ein akzeptierender Lauf und damit ist das Wort akzeptiert, das wollte ich zeigen. Damit habe ich diese Richtung bewiesen, denn ich könnte den zweiten Fall genauso machen, wieder die Regeln hinschreiben, wieder die Übergänge danach suchen und es wäre fast dasselbe. Es gibt hier nur ganz kleine Unterschiede, überlegen Sie es sich mal, das spare ich uns. Okay, das war die eine Richtung, jetzt brauchen wir noch die andere. Wir müssen zeigen, dass unser Automat, den wir hier konstruiert haben, nicht zu allgemein ist. Also wir hätten ja leicht die eine Richtung erreichen können, indem wir Automaten konstruieren, die alles akzeptieren, dann wäre das trotzdem wahr, was hier steht. Deshalb müssen wir zeigen, dass der Automat nicht zu viel akzeptiert. Und das machen wir, indem wir jetzt davon ausgehen, dass wir ein Wort haben, welches vom Automaten akzeptiert wird. Hier habe ich die Symbole etwas anders geschrieben. Und das müsste man jetzt noch zeigen, überlegt man sich wieder, wie der das tut und zeigt, dass die Grammatik das auch kann. Das spare ich uns mal, anstelle dessen habe ich eine kleine Skizze. Das ist also genau das gleiche Vorgehen, wie wir es gerade gesehen haben. Wir überlegen uns die möglichen akzeptierenden Läufe für diesen Automaten, zeigen, dass jeder dieser Lauf auf bestimmten Übergängen basiert oder auf bestimmten Endzuständen basiert. Überlegen uns, was dann die Grammatik vorher enthalten haben müsste und sehen, aha, die Grammatik könnte mit diesen Regeln genau das gleiche erreichen. Okay, das ist es. Damit haben wir die gesamte Transformation als korrekt erkannt und damit haben wir jetzt diesen neuen Pfeil in unserem Diagramm. Also jetzt können wir von regulären Grammatiken zu NFAs und hier als ganz kurze Gedankenstütze zur Idee der Umformung wieder dieses kleine Zettelchen hier am Pfeil, sodass Sie sich gut merken können, was hier passiert ist. Okay, das sieht doch schon sehr schön aus. Jetzt haben wir schon eine Menge Darstellungen für Sprachen und was noch schöner ist, die sind alle äquivalent in dem Sinne, dass die Sprachen, die man damit fassen kann, immer dieselben sind. Und ich hatte schon erwähnt, das hat einerseits den Vorteil, wir müssen nicht so viel lernen, wir müssen nicht so viel verschiedene Sprachklassen untersuchen, denn stellen Sie sich vor, das wären alle unterschiedliche Sprachklassen, könnte man über jede was sagen und es wäre immer ein bisschen unterschiedlich. Das ist natürlich praktisch für Sie als Studierende. Und es ist aber auch mathematisch attraktiv, dieses Ergebnis, denn es sagt uns, dass die Sprachklasse, die wir haben, eine wirklich ganz besonders interessante und relevante Sprachklasse ist. Denn egal, wie ich herangehe an das Thema und egal, welche Mechanismen ich mir überlege, ich komme immer wieder am gleichen Ziel raus. Und das gibt einen starken Hinweis darauf, dass das eine wirklich praktisch relevante Klasse ist, denn sie entsteht natürlicherweise in vielerlei Arten. Ja, deshalb, ja, reguläre Sprachen, so einfach sie sein mögen, sind auch in der Praxis von großer Bedeutung. Okay, damit haben wir es geschafft für heute und auch in gewisser Weise für das Thema Automaten und Sprachen in diesem ersten Teil der Videoreihe, wo es um reguläre Sprachen geht. Wir haben deterministische und nicht-deterministische Automaten kennengelernt. Wir haben den ganz wichtigen Satz von Rabin und Scott kennengelernt, der uns sagt, dass die deterministischen und nicht-deterministischen Automaten die gleiche Ausdrucksmächtigkeit haben, dass man durch den Nicht-Determinismus in dem Sinne nichts gewinnt. Und wir haben jetzt noch gesehen, dass man zwischen regulären Grammatiken und Sprachen und endlichen Automaten hin- und herwechseln kann und dass sie genau das Gleiche beschreiben. Okay. Was kann man jetzt noch machen, nachdem wir all das schon gelernt haben, nach so wenigen Videos? Gut, natürlich zum einen reguläre Sprachen, ich sage, sind sehr wichtig, das heißt, es gibt vielleicht noch mehr Arten, sie darzustellen. Irgendwas regulär, regulär, haben Sie schon mal was gehört? In der Informatik, regulär, ja, Ausdruck vielleicht. Genau, reguläre Ausdrücke kommen auch noch. Und dann ist die Frage auch noch natürlich, die wir schon am Anfang mal gestellt hatten, was passiert, wenn wir die Sprachoperationen, die wir eingeführt haben, also die Verkettung, den Schnitt und diese Dinge, auf reguläre Sprachen anwenden? Bleibt das dann regulär oder entstehen da Sprachen, die wir nicht mehr darstellen können? Das müssten wir auch mal untersuchen. Okay. Und zu guter Letzt, was auch von gewissem praktischen Interesse ist, die Automaten, die wir gesehen haben, haben wir ja schon teilweise ein bisschen vereinfacht. Da sollte man vielleicht noch mal genauer drauf schauen und fragen, kann man Automaten im Allgemeinen vielleicht auch systematisch vereinfachen? Gibt es da Algorithmen, um aus einem vielleicht zu komplizierten Automaten einen möglichst einfachen, vielleicht den einfachstmöglichen Automaten sogar zu erzeugen? Da werden wir auch sehen, dass da ganz interessante Dinge möglich sind. Okay. Gut. Das war es für heute und für dieses erste wichtige Thema. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Auf Wiedersehen und gute Nacht. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder. Ich hoffe, wir sehen uns dann bald wieder.